So, da bin ich wieder zur nächsten Folge. Wir basteln uns einen kleinen Web-Shooter. Wir haben in der letzten Folge aufgehört, hier mit unserem Web-Data-Tab, unserer Datenstruktur, also Datentable und Datenstruktur, haben wir erstellt. Jetzt geht es darum, wie können wir das Ganze nutzen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe dazu mal in mein Tick Web-Weapon rein. Und zwar brauchen wir als erstes Web-Data-Table. Das heißt, unsere Datentable, die wir erstellt haben, müssen wir irgendwo als Variable hier drin haben. Das heißt, wir gehen einfach hier rein, machen einmal Plus und nennen das Data-Table-Watt. So, natürlich muss ich das Ganze hier auch festlegen in Data-Table. Data-Table-Objekt-Referenz. Pfeilen, save, dann kann ich die hier auswählen. Und hier ist unsere Web-Data-Table. Okay, die ziehe ich mir jetzt hier einfach rein. Get Data-Table. Die ist festgelegt. Die brauchen wir auch nicht ändern. Das ist alles soweit. Okay. So, dann müssen wir get Data-Table-Row. Also, das heißt, wir können auch gleich jetzt hier Event begin play. Das heißt, unser Ticker jetzt hier, unser Ticker-Weapon, unser Ticker-Actor schlussendlich erscheint in der Welt. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Zombie abgeschossen. Der lässt das Ganze jetzt hier fallen. So, dann ist unser Ticker, wie gesagt, auf einmal in der Welt. Das heißt, der Actor wird gespawnt. Das heißt, ab hier geht es los. Event begin play. Das hier unten ist ja nur, wenn der Spieler reingeht in den Bereich. Also, wir hatten ja hier diese Box festgelegt hier. Also, wenn der Spieler da reinläuft, erst dann geht das hier los. Aber, wenn er gespawnt wird, dann soll er natürlich schon Daten abrufen von unserer Table. So, lassen wir mal ganz kurz gucken. Hier ist das Ganze und wir haben out das Paket. Wir müssen get Data-Table-Rownames. So, das ist nämlich. Wir brauchen nämlich diesen Array, denn schlussendlich, ich habe schon gewundert, wo das Zeichen hinten ist, schlussendlich wollen wir ja diese ganzen Sachen hier haben. Dafür müssen wir das festlegen, dass wir hier Out-Rownames haben. So, das hier, das kennen wir schon, das ist ein Array. Das kennen wir schon von den Animationssachen. Gerade aus den Hack-and-Slash-Tutorials, was ihr hier bei mir auf dem Kanal findet, da haben wir das ja auch genutzt, den Array schlussendlich für die ganzen Animationsmontagen. Und wir wissen, wenn wir da was von haben wollen, dann machen wir get a copy. Und ihr seht schon, hier habe ich jetzt eine Null stehen. Und ich kann jetzt sagen, promote to variable. Und kann dann einfach sagen, row number. Und damit ich das auch draußen nutzen kann, also wir haben das ja, ich habe das hier schon hingelegt, damit man auch hier mal ein bisschen was nutzen kann, machen wir folgendes, machen wir das Ganze als Public. Dass ich das dann auch quasi in meinen Editor umändern kann. So, row number ist zur Zeit Null. Passt alles. Dann brauchen wir for each loop. For each loop. Und hier gehe ich jetzt mit dem einfach ran und dann sagt er, okay, er macht jetzt ein Array fertig. Alles klar. Wunderbar. So, damit haben wir das schon mal soweit fertig. Und jetzt kommt nämlich das von den Array-Element. Brauchen wir get data table row. Get data table row. Da ist es. Genau. To body. Und jetzt habe ich hier die Frage nach der Daten-Table. Welche ist es denn? Zieh mir jetzt einfach hier unsere Daten-Table hier hin. Dann verbinden wir das einfach. Wunderbar. So. Jetzt haben wir das schon mal verbunden. Jetzt kriegen wir natürlich erstmal noch einen kleinen Error. Ist aber alles okay. So. Dann nehme ich jetzt hier unser Taker und zieh den mir einfach hier rein. Genau. Damit habe ich den drinne. Und mache jetzt einfach folgendes. Set Static Mesh. Ja. Und row found geht er da rein. Und dann von dort aus hatten wir ja unser Widget. Da wollen wir nachher auch noch ein paar Sachen ändern. So. Und damit wir jetzt erstmal die Fehlermeldung wegkriegen gehe ich jetzt mal hier hin. Und zwar von Outro brechen wir das Ganze jetzt auf. Machen also damit, damit ich das aufgebrochen kriege, mache ich jetzt einfach mal ein Brick. Den setze ich mir jetzt hier unter. Jetzt habe ich das aufgebrochen. Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben schlussendlich als erstes gesagt, wir machen hier alle Daten, Table, Namen raus. Momentan bei uns ist ja nur eine. Die nehmen wir jetzt alle raus, schlussendlich. Dann, welche, welche soll ich denn nehmen? Also wir haben jetzt hier, wir haben nur eine momentan, in dem Fall 0. Ja, also Row Number 0, get, make no radar raus, for each loop, hole die Daten von Nummer 0 alle raus und breche die mir auf. Also gib mir hier die Daten und da haben wir jetzt alle Sachen, die wir hier in unsere Datenstruktur schon mal angelegt haben, beziehungsweise die auch alle in dieser Dings drin sind hier, in dieser Reihe, die wir hier festgelegt haben, all die sind drin. Was nicht drin ist, was wir noch nicht gemacht haben, sehe ich gerade, ist hier Socket leer. Da können wir mal ganz kurz hier reingehen und einmal Control C, Weppen-AK47, das war ja der Socken für die AK47. Keine Angst, wir werden nachher auch noch den anderen auch noch rein treiben. Also wir machen jetzt hier Weppen-AK47, damit haben wir hier für die AK47 alles soweit eingebaut. wir werden dann später das rausnehmen, wir werden einfach nachher sagen, kein Effekt, weil wir werden die ersten beiden Waffen, die wir erstellen hier später fürs Spiel, werden natürlich keine Effekte haben. Wenn ich zwei Waffen, wie gesagt, basteln, die Effekte habt, dann wisst ihr ungefähr, oder beziehungsweise dann wisst ihr nicht ungefähr, sondern dann wisst ihr, wie man sowas bauen kann und dann könnt ihr da frei loslegen und könnt eure eigenen Waffen da noch dazufügen. Wie gesagt, darum geht es ja schlussendlich. Also das Ganze hier ist ein Tutorial in Anführungszeichen, sondern einfach auch so ein Denkanstoß für euch, damit ihr da noch ein paar mehr Sachen reinbaut. Okay, das haben wir soweit. Das können wir jetzt eigentlich hier mal zumachen. Wir haben jetzt hier alle Sachen soweit raus und wir haben zum Beispiel hier TK-Modell. Wir erinnern uns, das war ja hier, können wir dann mal Folgendes machen, können wir hier raufgehen und sagen clear, das raus. Prinzipiell, seht ihr jetzt, habe ich hier nichts, also ich habe jetzt hier kein AK-47-Modell mehr, hier ist nichts mehr da. Können wir jetzt einfach mal auf play gehen und ihr seht, sind alle da. Wenn ich jetzt natürlich hingehe, passiert noch gar nichts. Das wollen wir jetzt natürlich Ende. Als nächstes, wie gesagt, das haben wir jetzt soweit alles schon mal fertig gemacht. Jetzt geht es natürlich, dass wir die ganzen Beschreibungen, dass wir die auch reinkriegen. Wir haben hier dieses Widget, also Beschreibungswidget, schlussendlich hier schon reingezogen gehabt. Ich mache die Folgen, jetzt ziehe ich hier raus, sage getWidget. Ich will jetzt dieses Widget haben. Das packe ich mir da unter. Und jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz gucken, wie wir das dann genannt haben. Das ist unser WeaponDesk. Ziehen hier raus, Fast Cast to WeaponDesk. Okay. Also, ich will ja jetzt die Werte von den Widget ändern. Deswegen ziehe ich mir das hier raus, also sage getWidget. Dann habe ich das Objekt schlussendlich und sage, okay, pass auf, ich will jetzt da folgendes hincasten. Und jetzt geht es im Endeffekt darum, wir können mal ganz kurz alles hier abfragen, was jetzt von der Waffe war, zum Beispiel Set. Ne. Bin ich hier. Dann jetzt hier ganz entspannt Arme reinpacken. Das endet er natürlich um noch. Ist aber okay. Dann fahren wir weiter. Treppen Damage und mal habe ich da Damage das Ganze genannt. Jetzt muss ich das auch nochmal aufmachen. Hier gucke ich mal ganz kurz rein in die Variablen Weapon Damage Alles klar. Gehen wir zurück. Gehen hier hin. Sagen Weapon Set Weapon Nehmen. Hier reingucken. Damage Effekt Nehmen. Mal ganz kurz hier alle an. Ball auf Public. Und was jetzt noch? Set Weapon Aha. Schreibfehler wieder daran. Das werde ich mal gleich hoch sehen. Ja es ist immer wichtig dass man noch ein bisschen drauf achtet. Wie man schreibt. Also ich habe hier nur Weapon geschrieben. Wie nah noch hin finde ich das Ganze nicht. So. Nichtsdestotrotz haben wir fertig. Und auch hier können wir jetzt Damage reingeben. Wieder hier unten. Ziehe hier ein bisschen höher. So. Damit man auch sieht wo es herkommt. Okay. Das haben wir. Als nächstes brauchen wir den Effekt Name. Z Effekt nehmen. So. Und hier einmal den Effekt Name bitte hin. Was hatten wir denn noch gehabt so schönes? Ach ja. die Beschreibung. So. Also. Effekt. Set Effekt Description. Auch das kommt. Wunderbar. Und die Description. So. Damit ist das ja schon mal soweit fertig. Jetzt haben wir zwei Sachen noch. Und zwar wir haben einmal den Hector und den Socket Nebenschluss endlich. Und zwar machen wir folgendes. Wir haben jetzt hier schon die Hector Class drin. Und setze ich jetzt hier einfach hin und sage Set Hector Class. Verbinde ich das Ganze hierhin. So. 2 und 7. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was umbasteln. Und zwar haben wir hier diese Hector Class uns schon gebastelt. Das war im vorletzten Tutorial haben wir das Ganze gebaut. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen was umenden. Das löschen wir raus. Das nehmen wir auch erstmal raus. Und zwar machen wir jetzt Add Child Hector to Component einfach. Add Child Hector to Component das erste und als Target natürlich weit weit zurück haben wir hier Other Hector. Ich ziehe ihn jetzt einfach rüber. Man kann das alles ein bisschen hübscher machen. Aber also mit den Linien aber ist egal. Wie gesagt das geht von unserem Player schlussendlich aus. Aber Actor zack kommt hier hin. So wir haben natürlich dieses noch Is Not Valid Das Is Not Valid geht natürlich auch daran. Also das ist ja wenn jetzt keine Waffe verfügbar ist gehst du daran gehst du gleich daran dass ihr ein bisschen höher vernünftig sieht also keine Waffe vorhanden da brauchen wir diesen ganzen haben ja nicht also wir brauchen nichts kaputt machen wir brauchen nichts zurücksetzen alles gut du hast noch gar keine Waffe ist ja super dann nehmen wir gleich die Waffe wenn eine Waffe vorhanden ist dann löscht die Waffe setzt Waffe wieder auf 0 Alpha auf 0 und Active Weapon Maste raus so nun sind wir hier haben wir aber noch nichts dazugegeben und zwar müssen wir jetzt set field vector class machen also set field vector class genau und jetzt diese vector variabel die ich ja jetzt schlussendlich hier belegt habe also hier nehme ich das nochmal kurz raus ich ziehe die nochmal neu rein set vector class zack kann ich mir da reinpacken ja kann ich jetzt hier zum Beispiel ähm was rausnehmen dann ist es auf non vorher haben wir ja gesagt das die AK 47 jetzt ist es auf das ganze das ziehen wir ein bisschen rüber noch denn wir müssen natürlich jetzt damit wir auch ein output haben get actor of class also von hier zack get actor of glass da ist es jetzt verbinden wir das das kommt hier oben hin und ziehen wir hier noch ein bisschen rüber kann das besser und return value davon geht hin zu unsere werden compilen damit haben wir das schon mal fertig nun ist die sache was ich noch gesagt habe und zwar den socket ich gehe mal hier hin und zwar haben wir hier socket socket nehmen und die brauchen wir schlussendlich wenn wir die waffe ja ausrüsten das heißt hier vorne hin und wir sagen hier also hier ist ja schlussendlich wir sind drinnen enable input ist gelaufen also geht alles los schlussendlich ne kann ich so weit nach hinten brauchen sie ich glaube ähm ist egal so also waffe spieler ist drinnen hat e gedrückt geht los set set weapon socken ziehe ich mir jetzt hier ein bisschen weiter hier hin mache ich hier die verbindung so und und von hier das an mein set visible visibility ransetzen und kann jetzt hier socket nehmen player ebenfalls ransetzen compilen saveen das ganze und jetzt schauen wir mal so wir haben unsere drei Waffen haben die Waffenbeschreibung hab die Waffe auf dem Rücken kann auswählen kann ballern passt alles dann die nächste Waffe aufnehmen schön wunderbar ähm das war jetzt der erste Teil damit haben wir habt ihr jetzt gelernt was man halt mit Datenstrukturen machen kann und auch also mit den Datentables schlussendlich arbeiten kann wie man das wie man damit arbeitet vor allem wie man das ganze aufbricht und nutzt und halt dann schön entspannt setzen kann das erspart uns eine Menge Arbeit denn eigentlich hätte ich jetzt für jeden also für jede Waffe die ich aufnehmen müsste eine extra also eine extra Taker bauen müssen das spare ich mir alles halt mit dieser Daten hebel so ähm nun hab ich gesagt möchte ich folgendes mit euch machen ich möchte jetzt noch eine Waffe bauen wir haben jetzt hier die AK47 Testweapon wir haben Taker Weapon ähm ändert den mal um in Taker Weapon Factor so und jetzt gehen wir auf die AK47 Testweapon dupliziere ich mir und UMG Riffle Test Perfekt mach ich mir die mal auf das ist das gleiche was wir ja schon haben waffenmäßig alles alles normal hier haben wir jetzt unser Modell und zwar das mal auf beziehungsweise ja das können wir schon mal aufmachen okay und ähm wir machen folgendes wir nehmen jetzt das Riffle von der Lyrica ihr könnt da auch ein anderes nehmen was ihr da schon habt auch das suche ich mir öffne da haben wir zwei Sachen das erste ist wir haben Left Hand AK das haben wir hier bei dieser Waffe noch nie vergeben das heißt einmal F2 drücken Control C dann einmal hier auf bloß dass wir noch ein Socket reinnehmen Left Hand AK das gleiche machen wir bei Shoot F2 Control C K und hier ebenfalls so als erstes würde ich sagen erstmal nach vorne das ganze wir wollen nach vorne schießen wir hatten das schon mal ausprobiert wir haben gesehen das funktionierte nicht richtig ich glaube vor drei Folgen war das gewesen oder vor zwei Folgen da funktionierte das nicht so ganz ziehe das jetzt hier alles ein bisschen schön weiter nach vorne mache natürlich erstmal mein Kameraspeed runter 2 dann richte ich mir das hier ein bisschen hübsch aus so ein bisschen höher mach mal ruhig hier 50 so dann machen wir mal 1 okay rüber 0 drin mal ein bisschen weiter raus Höhe so dann sind wir bei 56 würde ich sagen und machen wir mal die Höhe 2 oder 1,7 ja 1,75 so dann haben wir das schon mal festgesetzt oder festgelegt viel mehr Problem ist jetzt hier Left Hand IK auch das müssen wir setzen da habe ich natürlich auch schon alles vorbereitet für euch keine Angst und zwar habe ich hier folgende Werte genommen als erstes 10 ich habe euch ja schon gezeigt wie das ausrichten geht auch im Play Mode wie gesagt war vor 2,3 Folgen also brauchen wir jetzt nicht nochmal machen da können wir einfach meine Werte nehmen hier habe ich 5 drin und wir haben hier minus 4,5 safe so damit habe ich quasi die Waffe soweit fertig jetzt müssen wir folgendes machen jetzt machen wir eine neue Waffe und ist fertig also zum Aufnehmen wir gehen jetzt hier einfach mal auf Add und legen jetzt quasi eine neue Reihe ein jetzt ist alles leer wir machen jetzt einfach mal als Name UMG als Damage machen wir 25 von mir aus dann haben wir also ja mal Control Shift und S zum alle speichern sich jetzt halber jetzt suche ich mir hier einmal den UMG Riffle Test passt auch Effekte Effekte hat wahrscheinlich noch keiner wir sind ja bei den Deutschen angekommen und so Socket nehmen jetzt müssen wir nochmal unseren Spieler aufmachen das Skeletten kennt ihr ja auch schon mittlerweile habe ich schon ein paar Mal gemacht Find Skeleton da ist es und zwar gucken wir jetzt rechte Hand brauchen wir da ist er Socket nehmen Wetten UMG Control C Speichern dafür kopieren war das ja und hier haben wir keiner nichts Socket nehmen ist das und hier geben wir jetzt einfach Riffle ein und fertig ist es zähle ich das und jetzt machen wir folgendes einmal alles speichern jetzt gehe ich hier mal rein in den ich habe jetzt hier Row Number jetzt mache ich mal folgendes jetzt sage ich mal pass mal auf du bist nicht 0 du bist 1 jetzt starten wir das Ganze und ihr seht ich habe jetzt zweimal die AK47 und in der Mitte das Riffle ich nehme das jetzt hier mal auf zack unseren Vampirzahn wunderbar kann damit ballern alles alles ganz toll gehe ich hier hin UMG jetzt kann ich G drücken jetzt habe ich sie auch auf dem Rücken habe sie wunderbar in der Hand liegen ja kann jetzt mal Shift F1 drücken G raus aus dem Spielmodus sondern zoom rein ihr seht die Hand das passt alles er hat sie wunderbar die Kniffte in der Hand steht entspannt da der junge Mann wunderbar dann kann ich hier mit auch ballern also das ist ja alles gleich und so könnt ihr euch schlussendlich verschiedene Waffen Waffenmodelle mit reinziehen ohne dass ihr jetzt einen großen Aufwand habt ja also Wechselwaffen aufnehmen das könnt ihr auch für alle anderen Gegenstände machen also das ist jetzt ja nicht nur so dass man das jetzt nur für die Waffen nehmen kann also ihr könnt da Items reinsetzen was auch immer also vielleicht werden wir das auch so machen dass wir vielleicht noch für die Heiltränke so eine Daten Struktursache anlegen müssen wir mal gucken aber wie gesagt am Ende ist da alles mit bei also wirklich eine richtig gute Sache könnte jetzt noch was anlegen also wir werden noch zwei anlegen machen mal auch hier jetzt zum Beispiel Damage 25 AK 47 auch hier keine auch freilassen und dann und dann das speichern und dann können wir uns das mal angucken jetzt habe ich hier gesagt Damage 25 sehe ich aha Effekt hat er keinen kann jetzt hier hingehen auch kein Effekt keine Beschreibung drinne okay warum denn nicht so dann habe ich schon zwei normale Waffen und wie gesagt ich kann dann auch also man kann das Ganze auch noch an die Spitze treiben es wird natürlich der eine oder andere sagen ja aber ich habe das ja auch noch so dass meine Waffen auch noch hier schaden also ich könnte auch noch extra Tables für den Schaden anlegen das macht man zum Beispiel wenn der Charakter jetzt aufsteigt ja dann lege ich den Schaden nicht hier drinne fest sondern vielleicht nur ein Damage mit dem ich später das multipliziere also nehmen wir mal an ihr habt jetzt wir gehen jetzt mal beim RPG hin wir haben jetzt unsere Spielfigur und der kann auch levelmäßig hoch aufsteigen ja und der steigt nicht nur im Level auf sondern der steigt auch waffenmäßig auf und steigt der Charakter auf weil er jetzt was weiß ich als Beispiel 50 Gegner mit seinem Schwert getötet hat und hat sein Schwert Skill verbessert von 1 auf 2 dann kann man auch hier folgendes machen dass man dann für den Charakter nochmal sowas anlegt und dann ist es im Endeffekt so das passiert dann aber nachher im Charakter schlussendlich also im Kampfsystem das wäre dann auf das Schwert also auf die Waffe die Waffe würde dann multipliziert werden mit den Skill von also der Damage kann man dann multiplizieren mit den Damage Skill vom Level also auch das kann man machen wie gesagt das ist recht mächtig mit den Datentables und so damit das aber jetzt hier nicht so viel wird und ihr auf jeden Fall schon mal wisst okay wie kann ich Datentables erstellen Strukturen und wie kann ich sie nutzen habe ich mich dafür entschieden dass wir das so machen dass wir jetzt hier nicht Damage großartig multiplizieren den können wir hier einfach festlegen wenn wir wollen dann passt das ja okay gut das war es von meiner Seite wir können noch mal ganz kurz reingehen in der Test Weaponsache und könnten jetzt hier haben wir den Base Damage und den können wir später die Satz später auch noch festlegen lassen vom Taker wie gesagt das machen wir später wenn wir eh bei sind wenn wir die Waffen denke mal das werden wir in den in der nächsten in der nächsten Folge werden wir das machen wir werden die Waffen noch so bauen dass die halt wenn wir da Schaden machen dass wir Spezialeffekte halt drin haben so wie ich das hatte mit diesen Mehrschaden oder dass wir statt Mehrschaden machen uns auch heilen ja das werden wir dann und dann wenn wir da bei sind schon eh also dann brauchen wir das jetzt nicht mehr hier rumwickeln dann werden wir natürlich auch den Base Damage ja also den werden wir dann auch noch abenden beziehungsweise braucht man eigentlich gar nicht denn ja wir gucken mal vielleicht machen wir das von hier also ich könnte jetzt auch hier ganz einfach mir die Daten Sache reinziehen also das Ganze was ich jetzt hier habe das kann könnte ich jetzt auch reinnehmen ich bräuchte jetzt bloß die Weapon Table mir da festlegen kann das hier alles reinnehmen ich breche mir das auf die ganzen anderen Sachen die gebe ich nicht an oder wir geben sie an müssen wir mal sehen wenn nachher hier noch ein kleines Icon also wie gesagt wenn ich die Icons finde wie ich schon gesagt habe für die Waffe dann kommt hier noch eine Textur rein und dann kann ich die anderen Sachen die brauche ich nicht alle nehmen also ich kann jetzt zum Beispiel sagen okay pass auf ich nehme jetzt da nur Damage und von mir aus das Icon und das setze ich dann fest das hatten wir ja hier mal kurz gucken festgelegt ich glaube bei mir war das hier einmal uns mir aus die Waffe angucke dann habe ich halt festgelegt zum Beispiel dass wenn die Waffe ausgerüstet ist dass er dann halt dieses Icon da reinpackt wenn sie nicht ausgerüstet ist dann soll das Icon halt rausgenommen werden und damit er weiß welches Icon das können wir auch noch über die Daten das machen wir aber in der nächsten Folge weil wie gesagt ich denke mal die nächsten beiden Folgen werden wir uns bei den Waffen beschäftigen und zwar mit den Spezialwaffen dass wir da halt mehr Schaden machen oder halt uns auch mehr heilen können und ja dann sind wir da soweit fertig und dann geht es schlussendlich nachher im Endspurt und der Endspurt ist immer bei mir die AI Sachen dass wir die zurecht basteln da habe ich mir aber auch schon ein bisschen was überlegt was wir da machen dann werden wir uns einen kleinen Level zurecht basteln nachher am Ende das ganze fertig ich habe auch überlegt da könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare ich habe auch überlegt die Projekte die ich jetzt mit euch schon fertig habe so das IMA Tutorial aber auch halt Hack'n Slash und dann wenn das auch fertig ist hier dieses bei Patreon hochzupacken und dann halt was weiß ich für 5 Euro Patreon im Monat könnt ihr euch dann das gesamte Projekt runterladen habe ich mir auch überlegt ob ich sowas in Zukunft mache aber wie gesagt da könnt ihr mal gerne reinschreiben wie ihr so die Idee findet da würde ich nämlich noch gucken dass ich mein Webspace ein bisschen erweitere und dann das darüber laufen lasse alles klar dann sind wir auch für heute fertig ich denke wir brauchen nicht nochmal alles durchgehen das ist eigentlich bis jetzt alles recht selbsterklärend gewesen hoffe ich jedenfalls falls nicht auch da gerne in die Kommentare reinschreiben oder im Discord vorbeischauen einfach da mal fragen dann war es das ich wünsche euch ein schönes Wochenende und würde mich wie immer freuen wenn wir uns dann am Montag in alter Frische wiedersehen ich bin damit raus euer Sissl Ciao Ciao